Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Trainingsvideo. Ich präsentiere, wie nimmt der Schnappen-Lipo, äh, wie trainiert der Lipo? Ich traini folgendermaßen. Eins, zwei, drei, vier, eins, fünf. Eins, zwei, drei, 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 eins. 17, 18, 19, 19, 20. So, so dreht er die Pugel. Das versucht er mindestens dreimal am Tag zu machen. Dadurch, dass die Aufnahme gerade nicht geworden ist. Ich habe gar nicht aufgenommen. Habe ich es heute schon zum fünften Mal gemacht. Ich hoffe, das hilft das. Gehe man, hoffe ich, dass ich das jetzt wirklich durchziehe. Also immer 20 Stück. Dann eine Pause von 10 Minuten. Ich hoffe, das hilft was. Tschüss, bis zum nächsten Mal.